Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, der erste Ärger über mein dämliches, zu vorschnelles Klicken ist verflogen. Ich muss mal gucken, ob ich mir jetzt das Pony überhaupt noch hole. Oh, ein wildes Fantasiepferd kommt herangetrappt. Versuche damit zu züchten, bevor es wieder verschwindet. Royal. Okay, ja, warum nicht? Warum nicht? Was haben wir jetzt hier stehen? Oh, du meine Güte. Ja, cool. Das werden wir gleich mal machen, aber erst mal muss ja abgeäppelt werden. Das soll sich ja auch wohlfühlen, ne? Guck mal, haben wir sogar noch eine Aufgabe abgeschlossen. So, oh hier, guck mal, zwei sogar. Sehr gut. So, ich habe gerade mal noch die Musik ein klein wenig leiser gemacht. Ich fand die einen kleinen Ticken zu laut. Oh, guck mal, wir sind Level 37 geworden. Oh, wie nice. Das hatte ich ja total vergessen, dass es ja auch noch kommt. Oh, wow. Ja, nice. Irgendwo können wir jetzt noch ein Feldmeer bauen. Wahrscheinlich in England oder sowas. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, schick. Das hatte ich echt, das habe ich total vergessen. Was haben wir denn hier noch alles? Erneut spielen möchte ich gerade nicht. Ja, Stufe 4 geschlossen. Supi, ja. Das war genau das, was ich letztens wollte. Du hast Belohnung aufgrund deiner Leistung im Staffelrennen-Event erhalten. Okay. 53 Diamanten? Was zur... Ach so, Staffelrennen. Genau, natürlich. Das ist ja auch vom, vom, vom Reitclub irgendwie. So, hier haben wir noch was abgeschlossen. Dachte ich. Nee, aber jetzt ist es... Anscheinend war das die zweite, die... Ach nee, hier. Sammle 50 Diamanten. Da haben wir noch welche von diesen Vorteilspunkten bekommen. Die lohnen sich für mich aber tatsächlich nur in den wenigsten Fällen. Hier, Pferderfahrung ist natürlich nice, aber das hält halt nur 30 Minuten und dafür spiele ich dann in aller Regel nicht lang genug. So, hier, wir könnten doch mal schauen, ob das klappt vielleicht mit dem Züchten. Ach nee, dann müssen wir hier draufklicken, ne? Genau. Was ist ein, 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 ein... Das geht nicht. Ich habe hier... Das geht auch nicht. Ach, das ist ja doof, weil es ein Hengst ist. Das hätte ich als Stütchen gebrauchen können. Ach komm, wie ärgerlich. Na gut, können wir nichts dran ändern. Dann schauen wir lieber mal das hier weiter... Das müssen wir hier weiter pflanzen. Huch. So, zack. Und... Haben wir hier auch das Quiz und so? Ja, haben wir auch. Gut. Wo traf Black Beauty wieder auf Ginger, nachdem sie ihr Schollpark verließen? So, die Frage habe ich jetzt schon so oft gehabt, mittlerweile weiß ich es. Welches Pferd arbeitete morgens am Taxi? Ich habe keine Ahnung. Käpt'n. Okay. Mit wem war Black Beauty im Beardwick Park im Gespann? Okay, Ginger. Ärgerlich. Mary Legs hätte ich jetzt auch ausgeschlossen, weil man einfach nicht so Pferde unterschiedlichster Größe in einen Gespann packt. So, ja, blöd. Naja, gut. Okay, komm, hier machen wir die Aufgaben noch wieder. Ach ja, drei Rubine. Wir fangen von vorne an. Und das Ganze jetzt doch mal von vorn, weil es so schön war. Nein. Ach, ich bin doch ein Idiot. Das habe ich... Jetzt habe ich 103 Diamanten rausgehauen. Was zur Hölle ist bitte los mit mir? Was tue ich hier? Was tue ich hier? Das ist auch zum Verrücktwerden. Jetzt mal ohne Scheiß. Was mache ich hier eigentlich? Oh. Gut, komm, ernten wir als nächstes mal die Möhrchen ab. Zwar brauche ich absolut keine Möhren mehr, weil wir schon so viel haben. Aber die bringen halt einfach am meisten von diesen Tokens für Black Beauty und so weiter und so fort. Wie ist das eigentlich? Brauche ich jetzt eigentlich alle vier? Um Black Beauty irgendwann holen zu können oder nicht? Ich hoffe ja nicht. So, da Möhrchen. Guck mal, da 112. Du meine Schande. So, okay. Komm, hier die Möhrchen ernten wir auch direkt noch mit. Okay, wir haben ja momentan immer noch dieses Special Super Sonde Event. Das hält ja jetzt noch die letzten zwei Tage. Solange bis Phase 2 von dem Black Beauty Event startet, ist halt auch nervig, dass ich da so ultra viel von verpasst habe. Weil eigentlich, ich habe jetzt schon recht viel bekommen in der kurzen Zeit. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, an die beiden Pferde ranzukommen. So wie ich das jetzt bislang... Ja, es macht für mich auf jeden Fall den Anschein, dass es jetzt gar nicht so super schwer wäre, da ranzukommen. Kann natürlich auch sein, ich täusche mich. Aber ich glaube einfach, dass es da schwereres gibt. So, Clementine können wir aufleveln. Äh. So, Clementine ist Level 12 geworden. Leider keine Verbesserung drin, aber eventuell ein paar Diamanten. Und Diamanten nehmen wir nur auch gerne. Es werden leider die Münzen. Hm. 1.800 Münzen. Man sagt ja immer in einem Geschenken, Gaul guckt man nicht ins Maul. Aber in dem Fall, über Münzen freue ich mich immer nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Gut, schicken wir Clementine mal weiter ins Training. Okay, gut. Ähm. Weiter geht's. Warte mal, was haben wir denn hier heute noch so für Tagesaufgaben? 7 Honigkekse ernten. Oh, come on. 700 Meter und verkaufe. Verkaufe 8 Hafer? Das sollte ja eigentlich recht easy möglich sein. Wäre ich denn noch welchen hab? Ha. Ja, hab ich noch. Aber nicht mehr so sonderlich viel tatsächlich. Ach ne, 8 Hafer müssen wir verkaufen. Wie komme ich denn auf 7? Warum habe ich denn 7 gelesen? Komm, die haben das jetzt bestimmt noch nachträglich um 1 erhöht. Nein, Quatsch. So. Und jetzt haben wir das aber abgeschlossen, weil das gibt einfach so viel. 52 dieser Token jedes Mal. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. So, diese Honigkekse, die können wir in Frankreich herstellen. Wie viele davon? Wie viele brauchen wir? 7 Honigkekse. Oh Gott, da habe ich gar nicht mehr genug. Doch, es reicht noch. Ich baue jetzt einfach mal so viele an. So, hier die Äpfel. Die bringen leider nicht das meiste von diesen Tokens. Vielleicht hätte ich mir das aufheben sollen. Na gut, ich hoffe, ich kriege das noch für die Weintrauben. Die Weintrauben bringen mehr. Und in England haben wir, glaube ich, aktuell Kürbisse angebaut. Die bringen da auch relativ viel. Das haben wir da drin in dem Geschenk. Da haben wir Gras drin. Okay, und da... Ach ja, genau. Ich hatte im Ofen nochmal gezüchtet und hatte endlich einen zweiten Elite-Isländer bekommen. Und es ist sogar ein Stütchen geworden. Heißt aber auch für mich, dass ich... Tut mir leid, aber ich werde Bjatla verkaufen. So, weil ich einfach den Platz hier in der Box brauche. Da muss ich jetzt zweckmäßig denken. Sky heißt die Kleine. Ich lasse es auch erstmal bei den Namen, weil mir gerade noch nichts Besseres eingefallen ist. So. Mais möchte die kleine Maus haben. Haben wir denn? Ja, fünf Mais haben wir noch. Sehr gut. Sehr gut. So. Äpfel können wir der Kleinen auch gerade noch geben. So. Wir sollten, denke ich, auch heute das Konstellationspferd, die neue Jungfrau, sollten wir heute, glaube ich, auch zum erwachsenen Pferd machen können. So. Jetzt schicken wir die Kleine aber direkt mal auf die Wiese. Die kann direkt mal trainieren. So. Haben wir hier noch irgendein Pferd, was... Äh, Riesa. Riesa. Ja, ja, Royale. Ja, super. Ähm. Da. Das ist Riesa. Level 12 ist die Gute geworden. Auch hier leider keine Verbesserung. Aber ich hoffe mal auf die Diamanten diesmal. Und wieder werden es die Münzen. Ach, komm schon. Ärgerlich. Und leider kann ich der Guten nicht mal das Futter servieren, was sie gerne hätte. Ich trainiere jetzt hier einfach allemal eine Runde. So. Dann kann ja Paco heute auch nochmal normal trainieren. Okay. Weiter geht's. Andi, komm hier in England, ernten wir gleich erstmal die Kürbisse ab. Ich bin übrigens gefragt worden, welches die nächsten Pferde sind, ähm, die nächsten T4-Pferde. Die sind für mich eigentlich alle eher uninteressant. Wir haben als nächstes den Anglonoman, den Oldenburger und das Connemara-Pony. Und von den Werten her fand ich die jetzt alle nicht so prickelnd. Und deswegen wollte ich eben ganz gerne das Dartmo-Pony haben. Zehn Tage habe ich noch frei. Und das werde ich in dieser kurzen Zeit sehr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, die Rubine zu bekommen. Und das ärgert mich wirklich tierisch, weil das wäre alles überhaupt gar kein Thema gewesen. Hätte ich nicht gestern wieder einen nervösen Finger gehabt und hätte einfach mal das falsche Pferd angeklickt. Ach, Mann. Äh, wo können wir denn noch ein weiteres Feld jetzt? Bauen. Hier, sechs von sieben. Das wundert mich jetzt irgendwie, dass es... Wir können sieben? Können wir später hier acht hinstellen oder wie oder was? Oder werden das ja auch nochmal mehr? Keine Ahnung. So, ach ja, genau. Und hier hatte ich auch Erfolg mit einem mythischen Drakena. Und es ist sogar ein Hengst geworden, was auch super ist. Denn, ähm, das ist genau das, was ich brauche. Da muss jetzt auch hier leider Alfie gehen. Es tut mir leid, aber... Wie gesagt, ich muss einfach ein bisschen pragmatisch denken. Ähm, äh, 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 äh. So. Bailey. Bailey finde ich eigentlich sogar einen sehr coolen Namen. Jetzt eigentlich gar nicht mal unbedingt passend zu einem Trakena. Aber ich mag den Namen trotzdem. Von den Trakenaern hatte ich mir ja auch damals das Legendary, das legendäre Zertifikat freigeschaltet. Und dann wollte ich ja unbedingt auf die Trakena züchten. Und was ich auch unbedingt noch haben möchte, ist ein Tinker. Ich möchte unbedingt Tinker züchten. Müsste ich auch nochmal gucken, wie man die bekommt. Konnte man das hier sehen? Im Horstpedia? Lass mich mal gerade gucken. Tittittill, da, Tinker. Da war ich nämlich damals so traurig, als sie reinkamen und damals lief Horsehaven bei mir nicht. Und ich fand sie so awesome vom Aussehen her. Lusitano und niederländisches Warmblut, das sollten wir doch hinbekommen. Wir haben doch einen weiblichen Lusitano und einen Hengst bei den KWPNs, oder nicht? Einen Dole haben wir nicht, aber das hier müsste eigentlich gehen. Oder was für Apura. Wir sehen nämlich richtig nice aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es den Stufe 4er Tinker schon mal irgendwann gegeben hat. Oder ob der jetzt halt einfach schon drin ist, weil er irgendwann mal reinkommt. Das kann ich nicht sagen. Okay. Zack, zack, zack. Okay, einmal abäppeln. Oh, schön. Hier haben wir wenigstens Rubine rausgeholt. Beziehungsweise einen. Und 20 Diamanten. Ich hätte hier aber gerne die zwei Rubine raus. Naja. Gut, kann man jetzt nicht wirklich was machen. So, die werden abgeerntet. Schade, guck mal. Da kriegen wir nämlich jetzt schon keine Geschenke mehr raus. Die Weintrauben bringen nämlich auch relativ viele von diesen Tokens. Da habe ich vorhin auch wieder gepennt, als ich in Frankreich die Äpfel geerntet habe. Ähm. Ja, dich würde ich gerne verkaufen. Und jetzt gucken wir erstmal hier nochmal bei dem... Ähm, Mist. Ah, Möhrchen. Möhrchen haben wir. Möhrchen haben wir doch. Jede Menge. Guck mal, wie viel wir jetzt schon wieder bekommen haben hier. 635. Das geht so flott momentan hier mit dem EP nach oben. Ich möchte jetzt unbedingt das kleine Pferd erwachsen kriegen. Und das kriegen wir jetzt erwachsen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wow. Das ist nämlich, wenn ich mich nicht vertue, das Modell vom Tinker. Und oh mein Gott, jetzt seht ihr das mal. Ich finde, es ist mit Abstand das schönste Konstellationspferd, das wir je gehabt haben. Und ich bin mega happy, dass es ausgerechnet mein reales Sternzeichen ist. Ich finde es so wunderschön mit diesem Geweih, dieser krass wallenden Mähne. Ich finde es einfach nur Hammer. Ich finde es einfach nur Hammer. Wunderschön, oder? Wow. Guckt euch die Gute hier mal an. Es ist ein absolutes Träumchen. Das Pferd gebe ich nicht mehr her. Ja, und ich hatte auch schon gesehen. Ähm. Ich weiß nicht mehr wer. Ja, irgendjemand hatte auch schon jungen Frauen bei sich zu Hause stehen. Und ich würde gerne natürlich mit einem Hengst züchten. Ich meine, wir haben jetzt natürlich auf ewig die Möglichkeit. Irgendwo, ich weiß aber nicht mehr bei wem. Ich weiß nicht mehr bei wem. Ich hatte jetzt 15 Leute durchgeklickt, weil ich unter anderem als Tagesaufgabe hatte, 15 Freunde zu besuchen. Und da habe ich alle durchgeklickt. Was about Black Beauty? Achso, ja, ja. Das wissen wir ja schon. Also, ich weiß nicht mehr bei wem. Oder war es bei Uschi Kuh? Ich weiß es nicht. Mir fällt doch gerade noch ein, wir könnten natürlich auch direkt noch mit einem Tinker mal züchten. Irgendjemand hier hatte nämlich auch Tinker bei sich zu Hause stehen. Da hatte ich nämlich einen T3 Tinker auch gesehen. Genau hier. Schaut mal, Leute. Das ist der T3 Tinker. Genau, das ist das Modell. Ist ja nicht wunderschön. Ich weiß gerade nicht mehr, wer ein entsprechendes Pferd hat. Das ist jetzt ein bisschen doof. Oh, so schön. Vielleicht gucke ich da einfach im Off mal nach. Haben wir hier noch ein Pferd, was wir aufleveln können? Layali können wir aufleveln. Und Layali ist auch die gute hier, die momentan den Jungfrauenschmuck dran hat. Ne, das ist Misty. Wer ist denn da nochmal Layali? Ich will ja hier unbedingt... Ah, das war Layali. Level 14. Könnte das Tempo nochmal verbessern, ein Stück weit. Aber wir bekommen 22 Diamanten. Gut, ist jetzt auch nicht tragisch. Es ist schade, aber es ist nicht tragisch. So, du wirst auch weiter trainiert, lieber Nash. Genau, das ist ja unsere Lusitano-Stute. Dann gucke ich da vielleicht im Off nochmal, dass ich eine Jungfrau finde. Beziehungsweise gucke ich für das nächste Mal. Ich trainiere sie jetzt hier einfach mal weiter. Einfach nur so wunderschön. Ein absoluter Traum, dieses Pferd. Das ist jetzt mein absolutes Lieblingspferd. Kann ich definitiv so sagen. Ja, und in den USA kralle ich mir jetzt gleich einfach mal ein Pferd. Ich hoffe, da standen noch welche untrainiert, ne? Das hier war das KWPN, ne? Pura. Nein, es ist ein Stütchen. Mist, dann haben wir Stute und Stute. Okay, wir gucken jetzt aber mal ganz kurz bei der Katja, was das für ein Tinker ist. Ob wir mit dem züchten können, ob wir ein Gegenstück haben. Das ist auch eine Stute. Haben wir denn bei uns gerade noch einen? Seacookie. Mit Seacookie können wir züchten. Was haben wir denn hier gerade für Chancen? 25% auf einen Tinker. Okay. 17% auf einen Achal-Tekiner. Und 58% auf einen anderen Achal-Tekiner. Ähm, die erhöhen wir mal. Wir haben ja momentan gratis 30% auf einen Tinker. Vielleicht klappt das ja. Nein, es ist leider ein Elite-Achal-Tekiner geworden. Gut, können wir nichts machen. Oh, Jasmin ist aber auch ein hübscher Name, ne? Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall mal immer weiter versuchen. Einfach mal gucken, was so passiert und was so kommt. So, aber damit wisst ihr auch, was ich so als nächstes gerne züchten möchte. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für heute von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.